hallo und herzlich willkommen zur let's play season screen ogians wir machen weiter mit der nächsten mission und die heißt wir sind immer noch dabei ja zu helfen die heißt eigentlich offiziell noch die mission aber wir sollen für sie zwei typen beseitigen einmal die radios und die schlage mit geradios der für lucky fangen wir heute an ich denke wenn wir diese folge zu tun haben und dann wenn man danach uns um die schlage kümmern in der nächsten episode und ja oder die belange das jetzt dauert also also dass ich jetzt nicht so lange dauert die so schnell schnell gehen dann können wir uns beide sein mut machen wir nicht so gut ja wir können jetzt tatsächlich hatten tatsächlich die klinge bekommen von aja frage wie weit kommen wir an ich wollte gerade sagen wir kommen da nicht hoch oder was war ich von sie war da natürlich kommt so ich glaube die direkten weg gemerkt da schon so gute gestern im haus in dem gebäude und ich glaube ich wage zu behaupten dass er nicht allein ist wohnert tatsächlich so da ist Gennadios ein paar Gegner jahre so den hergern wir schon mal so dann gehen wir mal ran oh Entschuldigung ein neuer Ort entdeckt ein neuer Ort entdeckt mein gott die ich brauche mit dem Tod hier stehen oh oh moin ja übertreibt sie übertreibt 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 jesicke zuf halt bleib stehen ne 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 die 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 dann independence ja umso weniger die mir auf feier gehen die leute ist tot zumindest ein kollege tot ja gut ihr seid zu zweit verdammt gut er hat jetzt gerade wirklich ein bisschen so so interessiert mich nicht wie du bist du gehst mir auf den senkel wenn ich deinen kollegen mache du mit der scheiß keulerei du mit deiner dachs keule wahrscheinlich so tot den ersten habe ich natürlich noch daneben geschossen den ersten habe ich natürlich noch nie ich bin mal weg ich werde mich trotzdem vorsehen was zumindest hat der haupt macht ein bisschen was daneben in seiner g jetzt wird was so 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 Der Kollege da! Dauer ab jetzt von mir! Lass mich in Ruhe! Oh, Alter! Das dauert nicht lange! Hey, was? So, das ist doch Hauptmann tot! Wer bist du ja? Nö, bin ich nicht! Du müde? Na ja! So, der hat auf mich geschossen. So, diese natürlich jetzt ein bisschen auf Krawall. Das dachte ich mir schon, dass das eine Folge dauert. Deswegen lasse ich jetzt gerade mal einen Moment ein bisschen Ruhe. Ich weiß, dass ich das Ding nehmen könnte. Natürlich hast du immer noch deine Konsorten mit dabei. Also der kleine, also der kleine macht man eigentlich nicht so wirklich so. Aber welche großen aber erstmal? Bietet Belohnungen für Informanten, aber traut ihnen nicht. Man kann Informanten nie trauen. Dass sie sie auspeitschen, sobald sie uns alles gesagt haben. Wie immer, Herr. Der große geht mir auf den Sack! Der große geht mir auf den Sack! Der große geht mir auf den Sack! Ich kann ja doch keine Munition aufwüllen, ne? Ich muss sie weniger wie an dem Bauer anleuten haben. Was denn? Ich hab so die Gegner gerade gesehen. Was? Ich freu mich schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Hey! Du da! Stirb, du Bock! Kommst du jetzt hoch? Oh, kommst du jetzt hoch? Da! Oder was? Das Ding ist effektiv, das ist geil, gerade. Hast du dir das zurückgehört? Ich bin dort. Wann soll die, Deco, geklickt? Wir wissen, ja. Irgendwas geschießt heute nicht da bist du. Ach ja, ich bin da bist du ja! primär. so also ich habe keine radios habe ich jetzt mittlerweile auch schade so tot bestätigt weil es kann ist eine mörderin vorsätzlich und unverholen ich tat nur meine pflicht als vieler geteilt dafür nimmst du mir jetzt mein leben steht eine rachsucht über dem gesetz sei gewarnt die philak es werden dich aufspüren und dann nehmen sie blutrache möge der verborgene dich begrüßen der fürst erwartet dich so gott aber das ding hat sich auf jeden fall gelohnt dass ich da schon mal so ein bisschen aufräumen konnte jetzt ist er ich schlitze ich aus was was ist der typ habe ich die aufgabe aber nicht mehr fehlt noch irgendwas jetzt so nebenbei der kommandanten töten den kommandanten töten da so den kommandanten müssen wir noch töten kollegen ist da der ist da die klima doch noch kommt dann kriegen wir noch ich weiß jetzt ich hab mir mal hier drüben doch mal so ja kommt noch mehr von euch so so jetzt holen wir zum hauptmann oder was ich muss ja gucken wo der ist keine Sorge ich krieg die schon noch wo ist denn da gute nacht so ja komm her ich hab der kollegische getötet hier ich geh mir auf den Sack jetzt gerade meine güte so auch das haben wir nicht da steht noch einer du mit deiner kelle du mit deiner scheißdingsel ich meine die aufgaben habe ich geschafft ich will da jetzt auch das Ding noch mitnehmen so habe ich jetzt irgendwie die Stadt soweit ja wir hätten noch vier Fötze plündern können so hat sich vier Fötze und noch vier Fötze plündern heute ich will die Alexandra jetzt noch fertig machen ich hab dann immer das Thema mit der Sperrzone weg die Wachen hier sind sehr die 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 Was ist das? Was ist das? schwere keule ich werde es immer gut weil das ärgert mich kurz ein bisschen stufe helfen was ich bring dich um Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ja so toll ist sie jetzt nicht die kreis danke so wirst du mir hier verschwinden also ich hätte auch vier plätze zu blüdern hier aber gut ich würde sagen ich schließe trotzdem die mission aber wir haben ja noch ein bisschen noch eine aufgabe zu tun nämlich die flange zu ärgern und zu und die machen wir dann in der nächsten Episode bei Let's Play Assassin's Creed Origins bis dahin